Stress. Wie viel Zeit haben wir? Nicht viel. Die Flotten haben Befehl zur Mobilisierung. Gott helfe uns allen. Das stimmt Daily Soon. Commander. Sie sollen mich doch nicht mehr so nennen, James. Und salutieren soll ich auch nicht. Wir müssen gehen. Das Verteidigungskomitee will sie sehen. Klingt wichtig. Shepard. Ashley? Lieutenant Commander? Wie lief's da drinnen? Das weiß man bei denen nie. Ich warte jetzt auf Befehle. Lieutenant Commander? Wussten sie's noch nicht? Nein, ich bin momentan nicht besonders gut informiert. Und wie halten wir sie auf? Aufhalten? Vergessen Sie Strategie und Taktik. Hier geht's ums Überleben. Oh mein Gott. Weg! Los, los, los! Shepard! 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 Los, stehen Sie auf! Hier, nehmen Sie. Wir müssen uns in Bewegung setzen. Ihr Anderson, ist da noch irgendjemand? Lieutenant Williams, sind Sie das? Wie ist Ihr Status? Ich kann die Normandy nicht erreichen. Sie müssen sie kontaktieren. Wir treffen uns bei der Landezone. Anderson, Ende. Oh, ich lebe im Kacken. Gut, Herr Schuss. Ja. Ich lebe im Kacken. Scheppard, hier drüben! Scheppard, hier drüben! Erledigen Sie sie! Scheppard, mach mal! Mach mal, mach mal! Gott, ey! Da war schon zwei, drei Leutdienste. Komm schon, komm schon, komm schon, Anderson! Nein, der stirbt auch so. Ich finde im dritten ganz geil, dass diese Geschosse auch eine Kruse fliegen und du die ein bisschen anders lenken kannst. Auch mal hinter, ähm, in seine Deckung oder sowas. Das ging ja sonst nicht. Die sind ja eigentlich straight geflogen. Na, Anderson und sonst so? Wie war's? Hm, 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 hm. Okay, okay. Ja, ja. Na, geht doch. Ich meine, den ganzen Etat, das ganze Budget der Allianz wurde für die Umlackierung benutzt. Wir kommen zurück, Scheppard. Danke! Ich meine, den ganzen Tag. Ich meine, den ganzen Tag. Ich meine, den ganzen Tag. Ich mag das Lied. Let's go. Guck mal, steht drüber lift up. Damit der Kodiak auch weiß, was er tun soll. Ich habe versucht, über sichere Kanäle den Mars zu erreichen, aber niemand antwortet. Anzeichen von Reap-Aktivität? Negativ. Edi? Die Basis scheint online zu sein. Möglicherweise wurden die Bewohner evakuiert. Das werden wir schon bald wissen. Halten Sie sich bereit, Joker. Nur für den Fall. Verstanden. Norman, die Ende. Das ist tatsächlich voll realistisch, dass sie jetzt einen Zopf hat, ne? Macht der mehr Sinn? Immer noch kein Kontakt zur Basis. Aber es kommt ein schwerer Sturm in unsere Richtung. Wie lange bis er da ist? Höchstens eine halbe Stunde. Danach werden wir Probleme bei der Kommunikation mit der Normandy kriegen. Verstanden. All right. Meisten Fähigkeiten schon. Wenn er dahinter steht, dann triffst du ihn nicht, ne? Dann triffst du ihn nicht. Ganz ruhig, Lieutenant. Sie gehört zu uns. Shepard. Der Göttin sei Dank. Sie leben. Liara? Diesmal nicht, James. Was? Gehen Sie zurück zum Shuttle. Wenn Cerberus vor uns im Archiv ist, müssen Sie die Ausgänge überwachen. Moin. Scheppard einfach den Deckungsmeister, ne? Oh Gott, oh Gott. Erst mal Munition einsammeln. Ich sage nur, was ich denke. Sie müssen mir nicht antworten. Sie könnten sowieso nichts sagen, was mich überzeugt. Ich brauche wohl nur etwas Zeit, um Sie neu kennenzulernen. Ich bin dieselbe Person wie immer. Die Zeit wird daran nichts ändern. Aber ich verstehe, wenn Sie sie brauchen. Hallo. Ihr Delta-Team. Ist da jemand? Wo zum Teufel waren Sie? Vergessen Sie es. Wie ist Ihr Status? Wo zum Teufel waren Sie? Die Gefahr. Äsch. Sie übersehen die Gefahr. Ohle. Sofort. Die End kommt! Verdammt! James! Normandy! Dürgfer! Wir brauchen die Daten. Ash! Lassen Sie sie gehen! Befehle? Erledigen. Nein! Greifen Sie sich das Ding! Mitnehmen! Shepard, wir haben Reaver-Signaturen im Orbit. Ash! Ashley! Wir gehen jetzt zur Normandy, wir gucken uns die ein bisschen an. Achso, der erste Traum. Oh, der erste Traum. Ich bin mal gespannt, wie die anders sind. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Nicht, seitdem die Sie in den Fingern hatten. Danke! Alles, was Sie sehen? Ich bin mal genau. Oh, der ist nicht so gut. Danke! Ich bin ja soViewer. Dann bin ich nicht so gut. Nein, nein. Sie können, wie die andere sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020